Vorlage Infobox Hochschule Professorin fehlt die National University of Ireland Galway, kurz NUIG, kann ihre Gründung auf das Jahr 1845 als Teil der Queen's University of Ireland zurückführen und war bis vor kurzem als University College Galway bekannt. Das College wurde 1849 als Queen's College Galway eröffnet. Der Irish Universities Act 1908 fügte das College in den neuen Verbund der National University of Ireland ein. In diesem Zuge erfolgte auch eine Namensänderung zur University College Galway. Geschichte Mit dem University College Galway Act 1929 wurde der irischen Sprache besonderer Respekt gezollt, sodass diese als Arbeitssprache am College etabliert wurde. Campus, Gebäude und Institute Der älteste Gebäudeteil der Universität, Vigwar Trangle, wurde während der großen Hungersnot erbaut und ist eine Nachbildung eines Gebäudes der University of Oxford. Dieses Gebäude beherbergt auch das noch benutzte, eindrucksvolle Auditorium Maximum. Die neueren Gebäudeteile wurden in den 1970er Jahren errichtet. Die Architekten Scott Tillon Walker zeichnen hierfür verantwortlich. Derzeit finden umfangreiche Renovierungsarbeiten und Neuerrichtungen von Gebäudekomplexen statt. Das Universitätsgelände erstreckt sich direkt am Westufer des Flusses Corbe. Es ist weitläufig und begrünt. Das Hauptgebäude der Universität bildet das Quadrangle. Hier sind die Verwaltung und der Präsident aber auch einige Lehrsäle beheimatet. Das Zentrum des Campus bildet eine gelbe Skulptur der modernen Künste. An diesem Platz befinden sich die Bibliothek, der Eingang zum eigentlichen Universitätstrakt, dem sogenannten Concours. Und auch das Arts Millenniums Building. Letzteres gewann im Jahr 2000 den CEF Construction Excellence Award und beherbergt unter anderem die Fachbereiche Italienisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch. Im Haupttrakt ist auch eine Filiale der Bank of Ireland angesiedelt. Unterhalb des zentralen Platzes ist eine Mensa, eine Buchhandlung, ein Friseur sowie ein Laden der Students Union gelegen. Im Arasna-Meklein sind ein Pub, ein Theater, eine Sporthalle mit Kletterwand, ein Fitnesscenter. Die Students Union und die medizinische Versorgung für die Studierenden beheimatet. Das MRI wurde 1992 gegründet und vereint meeresbiologische Forschung der Zoologie, Butanik, Molekularbiologie und das Seaweed Center unter einem Dach. Auf dem Campus gibt es noch eine kleine Kapelle. Manche Lehrveranstaltungen finden in mobilen Unterkünften statt. Zahlreiche Parkmöglichkeiten und Fahrradständer stehen zur Verfügung. Turm 2 Bibliothek Skulptur James Hart-Iman Bibliothek Environmental Change Institute National Center for Biomedical Engineering Science Martin Rhein-Marine Science Institute Eingang zum Arasna-Meklein Arts Millennium Building Campus Leben Ein einfacher Internetzugang mit einem eigenen Notebook wird durch die Abdeckung der gesamten Gebäudekomplexe durch WLAN ermöglicht. Rund 500 Computer-Arbeitsstationen stehen den Studierenden ferner zur Verfügung. Mehr als 100 Societies und zahlreiche Sportclubs stellen ein immenses Angebot zur Freizeitgestaltung zur Verfügung. Fakultäten Geisteswissenschaften Celtic Studies Wirtschaftswissenschaften Ingenieurwissenschaften Recht Medizin und Gesundheitswesen Naturwissenschaften Berühmte Persönlichkeiten James Hart-Iman Bibliothekar und Autor Die Universitätsbibliothek ist ihm zu Ehren benannt. George A. Johnstonstoni Namensgeber des Elektrons MIA BHD Burka Fußballspielerin und Teilnehmerin für die NUI an der Sommeruniversiade 2007 undertor 27 2007 2007 2007 2007 2007 57 2007 Vielen Dank.